Ja, hallo und herzlich willkommen zu etwas, was viele von euch wahrscheinlich nicht erwartet hätten, nämlich Assassin's Creed 4 Black Flag, mal wieder. Allerdings sind wir nicht da, wo wir aufgehört haben. Ich meine, wer von euch sich jetzt allein schon meinen Hauptspieler anguckt, wir haben vier Pistolen, wir haben ziemlich heftige Waffen, wir haben unten links ziemlich viel Geld, wir haben so ein geniales Blasrohr, mit dem wir hier so Schlafffeile verschießen können und so, aber nicht auf unsere Verbündeten. Und unser Schiff sieht, gelinde gesagt, ziemlich geil aus. Ich meine, wir haben diese Gold-Rumpf-Verstärkung, wir haben Gold-Kanonen, auch jetzt alle Kanonen, die wir haben, wir haben die Gold-Drehbrassen, oder ich glaube, es ist eher Messing, aber es sieht halt ziemlich Gold aus. Ähm, wir haben eine Menge Crew hier drauf rumsitzen, wir haben die beiden, wir haben zwei Messing-Mörser hier rumstehen. Also insofern, ich habe das Schiff halt voll geupgradet. Ich kann euch das ja mal zeigen, ich kann ja mal in die Kapitänskajüte gehen. Ähm, so, zuerst mal hier, um euch gleich mal zu zeigen, was wir im Moment hier für eine Ausrüstung besitzen. An Schwert-Sets besitzen wir einfach mal spontan alle. Und haben natürlich, okay, die Pistolen-Schwerter besitzen wir nicht, weil... geht nicht. Und bringt auch nichts. Also ich meine, die sind genauso stark wie das Offiziers-Rapier. Die schottischen Breitschwerter sind zwar, ähm, besser in einer Kombo, haben aber, sind aber dafür etwas langsamer. Und wir haben noch keine drei sozialen Truhen. Und den persischen Krumm-Säbel, ja... Das mit den Community-Herausforderungen läuft noch nicht so. Also halt, ansonsten haben wir hier eigentlich alles. Ist ganz... Ist ganz nett an dem Punkt. So, Pistolen-Sets haben wir auch. Haben wir halt auch bis auf... diese besonderen hier alle. Also die Marine-Aufträge sind halt unser nächstes Ziel dann irgendwann demnächst. Und bei den Monturen haben wir halt ganz viel. Den Piraten-Mantel finde ich ganz lustig. Die Piraten-Kapitäns-Montur ist extremst geil. Die Gouverneurs-Montur hat natürlich auch schon was. Aber im Moment tragen wir die Tarn-Montur. Weil, ähm, damit sind wir etwas... So, jetzt, wenn man die Maus anfängt zu bewegen, fängt er hier sofort an, rauszuswitchen. Dankeschön. Also, äh, die wurde speziell dafür entwickelt, dass wir hier halt... Ne, kann man hier scrollen? Kann man scrollen? Kann man nicht. Also, Tarn-Montur tarnt einen halt länger. Dann wird man später von Wachen gesehen. Jäger-Montur. Ähm, macht uns halt unauffälliger für Tiere. Und hier die Katzenfähl-Montur sieht einfach nur gut aus. Genauso ist das mit der Haarjäger- und Walfinger-Montur. Gut, diese Roben sind... Also, die habe ich halt, weil ich Assassin's Creed 1 gespielt habe, Assassin's Creed 2 gespielt habe, Assassin's Creed 3 gespielt habe. Die haben wir halt noch nicht. Müssen wir halt wieder Community-Sachen be... Äh, bestehen hier. Ähm, wir... Ich habe soweit noch nicht den, äh, Canways Flotte gespielt. Den Käfig haben wir auch noch nicht geöffnet. Genauso wenig wie so ein Maya-Ding. Also, das ist diese Maya-Stählen. Die sammelt man genau dafür. Ähm, da bin ich im Moment natürlich auch dran am machen. Aber es dauert ein bisschen. Und die macht unverwundbar gegenüber Kugeln, wie ich, wenn ich das mitgekriegt habe. Und auch ansonsten ein bisschen robuster. Auf View-Pair habe ich keine Lust, das hier einzusetzen. Insofern kriegen wir auch die im Moment nicht. So. Ich weiß nicht, ob ihr Edwards Flotte mitbenommen bekommen habt. Aber Edwards Flotte ist so ein Meta-Game, wo man halt so Schiffe, die man entert, kann man in die Flotte mit aufnehmen und mit denen dann Missionen machen. Das sind halt die gerade abgeschlossenen Missionen. Darüber gibt es viel Geld. Ja, das Schiff, diesen Schuh habe ich leider verloren. Ist halt so. Ansonsten ist bei mir alles durchgekommen. Das ist gerade, als ich starten wollte, ist das alles durchgetickert. Ein bisschen, was ist ja noch durchgetickert, als ich es gestartet habe. Und ja, ihr seht, ich habe viele, viele Missionen. Ich kann alle Berichte überspringen. Angenehme Geschichte. Gucken wir uns mal eine Flotte an. Ich habe jetzt nur noch einen Schoner. Ich habe zwei Bricks. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Regatten. Und drei langsame und drei schnelle Kriegsschiffe. Kurze Erklärung, was der Unterschied zwischen langsamen und schweren Kriegsschiffen ist. Die langsamen sind irgendwie Stufe irgendwas und die schnellen sind Stufe 60. Also das sind die, die man halt bekommt, wenn man Stufe 4 gejagt wird auf See. Dann kommt so ein Kriegsschiff hinter einem her. Und das halt zu ändern. Und dann ist schon ziemlich lustig. So, gucken wir mal an, wie wir unser Schiff ausrüsten können. Wir können es nämlich nicht ausrüsten. Aber wir haben halt schon den vollen Rundf, die volle Breitseitenkanonenbestückung. Damit sind wir jetzt bei 23 Kanonen. Die vollen Jagdkanonen, die vollen Elite Ramsporn, die Elite Rundkugeln, die starken Kettengeschosse, den starken Mörser, die starken Drehbassen. Schwere Kugeln, noch nicht vollen, genauso wenig wie die Feuerfässer. Die Tauchglocke haben wir mittlerweile. Die schweren Kugeln können wir noch nicht gut lagern. Genauso wenig Mörser und Feuerfässer. Die Mannschaftskartiere sind voll ausgestattet, genauso wie der Frachtraum. Und die Panzerung unseres Beirboots. Nur die Stärke der Harpune fehlt uns auch noch. Da fehlen die Pläne. Aber genug der ganzen Geschichte. Wir können wieder hoch andeckigen. Und dann kann ich euch mal kurz zeigen, wie es im Moment bei mir aussieht in Form meiner Landkarte. Und zwar haben wir bis auf dieses eine 4 hier unten, was jetzt mein nächstes Ziel sein wird, habe ich alle 4s in meiner Hand. So, und wenn sich jetzt der ein oder andere von euch fragt, hä, als wir das letzte Mal gespielt haben, waren die Symbole doch weiß, so wie hier noch bei Havanna. Dazu kann ich sagen, genau, ja. Stimmt. Aber bei den goldenen Symbolen hier steht, ihr seht hier halt hier unten, ich habe 3 von 3 Kisten, 2 von 2 Animus-Fragmenten, eine von einen Geheimnissen und einen von einen Post, hier Aussichtsposten synchronisiert. Diese Orte sind einfach mal von den Sachen, die offensichtlich sind, fertig. Bei ein paar kann ich, muss ich noch über eine Schatzkarte hin. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber ansonsten gehört mir da an sich wirklich alles mittlerweile. Ja, wirklich alles. Bei diesen Geforst, die grün sind, da fehlen mir halt noch so ein paar einzelne Missionen. Hier fehlt mir noch die Meeresmission. Hier fehlen mir zwei Meeresmissionen. Hier fehlen mir zwei Meeresmissionen. Also das muss ich noch machen. Kingston und Havanna sind noch nicht fertig. Genauso wenig wie natürlich diese drei Orte hier drin und das vor. Dann kann ich noch ein paar Konvois abfangen, aber an sich bin ich halt schon extrem weiter, aber noch nicht viel weiter in der Story. Also ich bin jetzt bei Sequenz 6. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie weit wir gespielt haben, aber zur nächsten Aufnahme, da ich diese Aufnahme jetzt erstmal so, denke ich, diesem Sektor hier unten widmen werde. Dann in der nächsten Aufnahme werden wir Kingston, Havanna und die letzten Fours voll synchronisieren. Da ihr ja gesagt habt, ihr wollt ruhig, ihr wollt die Nebenaufgaben machen, aber ich wollt jetzt nicht hier stundenlang die Nebenaufgaben machen, während ich aufnehme und so ganz alleine bin, sondern ich hab halt so mir Last Man Standing und The Mentalist die Staffel 4 komplett reingezogen, während ich das gespielt habe auf einem anderen PC und war nebenbei mit Kumpels am Reden. Aber es ist jetzt vergleichsweise früh und der TS-Server, auf dem ich sonst immer rumhocke, ist down und ich wollte eh eigentlich dadurch, dass die Viewzahlen dann doch vor allem nach dem Kanal des Monats von Pilofas ziemlich stark in die Höhe gegangen sind, wollte ich jetzt doch einfach wieder anfangen und ich werde auch die ganzen Sequenzen, die euch jetzt storymäßig fehlen, die werde ich nochmal mit euch nachspielen. Die kann man ja nochmal durchspielen, das werde ich nochmal machen und bei ein paar davon fehlen mir auch die 100%. Dann werde ich mit euch versuchen, genau das zu erreichen. Die 100% in der Mission, die wir schon gespielt haben, die werde ich nicht nochmal durchspielen. Das wird dann auch, glaube ich, ein bisschen langweilig, aber ansonsten. Jetzt könnt ihr mich erstmal dabei begleiten, wie wir Seranilla dieses schwere For hier auseinandernehmen mit unserem super elitären Schiff. Ja, unser super elitären Schiff. Wenn ihr irgendwas wollt, was ich mache, dann könnt ihr das natürlich hier drunter auch in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt auch schreiben, ob ich das jetzt egal ist, dass was fehlt und ich soll einfach mal so jetzt nichts nochmal doppelt durchspielen mit euch, sondern ihr wollt einfach wissen, wie es jetzt in der Story weitergeht, wobei ihr natürlich nicht wisst, wie es in der Story-Moment abgeht. Aber gut. Ansonsten tut mir leid, dass ich das so gemacht habe, aber ich wollte Assassin's Creed spielen. Und das ist also so. Hier sehen wir jetzt ein Kriegsschiff Stufe 49. Das ist immer noch nicht das Kriegsschiff, das ich habe. Das, was ich habe, ist ein bisschen... Die sind entweder schwächer oder stärker als das. Ein bisschen. Naja. So irgendwie gefällt mir die Musik-Delegation nicht. Die auch nicht. Also zu dem Lied kann ich sagen, dass es das Lied, was gefühlt am häufigsten kommt. Und so wie ich habe mich mal mit ein paar Leuten, die das ausspielen hat, im TS-Todo unterhalten, die singen das ziemlich genauso. Na gut, davon liegt nur eine Fregatte. Das ist vergleichsweise angenehm. Mit so einer Fregatte kann man sich mal kugeln. Genau. Da ist das Treibgut. Das können wir noch einnehmen und dann können wir jetzt auch das Vorschuss. Zack. Und jetzt will das Poor auf uns auf uns. Genau. Das ist nicht so. Denkli gefüllt sich. Ist einfach so. Das ist ein Piratenjäger. Und da kommt der Kugel. Das wird sie versinken. Das wird sie versinken. Ich könnte damit auch vernachlässchen. Jetzt geht es auf dieses Poor. Na, Captain. Eine Seite genau da rein. Und die Mörder schüssen. Und drei Seiten. Ich glaube, drei Seiten. Das ist auch noch vergleichsweise lang. Das ist mal eben. Ich meine, das hinkt jetzt Böge, aber äh... Das ist jetzt dagegen. Ah, falsch. Wir reichen zu Feuern. Feuern. Wir wollen die Kugel. Das ist ein paar in Deutschland. Das ist ein paar Wörter. Ja, es ist hier natürlich Feuern. Alle Segel. Feuern. 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 verloren aber damit ein bisschen leben ja genau los habe ich nicht du Stück! Feuer! Es wird sie versägen! Ja, ich bin... mich... mich... den großen Piraten... Edward Henry... glaubst du pimpfiger Piraten... ...über den ganzen Krömerkanonestell... ...zu jagen? Nee, 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 nee... Ich bin hier bei der Piraten... ...das ihr euch nicht mehr angelegt habt... ...war meiner Meinung nach ein bisschen eure eigene Schuhe... ...bereit zu feiern, Sir! Feuer! Wettbewerden, da kommen sie! Auf euren Knochen trinken ihr... ...zu wollen sie gern schwimmen! Bereit zu feiern, Captain! Wir brauchen euch im Moment nicht... ...ich habe genug Geld, ich verdiene auch genug Geld... ...mit der Flotte, die ich im Moment besitze... ...und wir wollen jetzt eigentlich... ...wir wollen dieses Vorjetzt erobern... ...und uns nicht mit Schiffen und... ...Crew-Besatzungen rumprügeln... ...ist nicht Zündler verstopft! So, jetzt gucken wir uns mal an... ...wie sieht denn so eine Voreroberung... ...eines Stufe-3-4s... ...beziehungsweise des letzten Stufe-3-4s... ...aus? Also... ...ich weiß, wie das aussieht... ...ich habe ja schon... ...zwei, glaube ich, davon... ...genau, zwei davon müssten es gewesen sein... ...zwei davon habe ich doch schon... ...hinter mir... ...ist keine Schikane! Aber jetzt... ...dass gucken wir halt, was mit dem letzten passiert... ...um dann auch... ...endlich alle Forst... ...infiltriert zu haben... ...dass uns alle gehören, weil dann kämpft es sich auch leichter. Ich meine, die Forst unterstützen es natürlich auch, wenn wir in deren... ...richtungsbereich... ...kämpfen... ...so, da ist der Erste, den wir... ...bekämpfen sollen... ...und ich möchte eigentlich... ...ähm... ...den ganzen Kamel möglichst unentdeckt machen... ...zack, zack, zack, zack... ...zack, zack... ...zack! ...zack! Ich will da wieder hoch... ...das war lustig... ...so... ...ja, ja, ja... ...komm... ...nehmen wir mal das Blas vor und den Berserker-Pfeil... ...zack! ...und schon ist er ein Berserker und bricht dann gleich zusammen... ...wenn er kein Berserker mehr ist... ...und wir können uns in der Zeit auf den nächsten Offizier... ...konzentrieren nämlich genau den... ...und auch auf den Berserker-Pfeil erstmal infizieren... ...böser... ...böser... ...böser Rock... ...atack von allen Seiten jetzt! ...äuch... ...der ist jetzt ein Berserker... ...säher gut... ...alle Berserker... ...interessante Geschichte... ...und sollte ich ja mal gestehen... Da wo ist die wülle Truhe, die mir hier angezeigt wird. Gut. Hier, weg 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 hier. Zehn Waffen durch, äh, durch Berserkerwaffen verletzen lassen. Ja. So fällt mir. Mach ich gerne. Ich muss erst nur warten, bis diese Waffen sterben, damit ich mich hier wieder frei bewegen kann. Weil so lange sind die Leute auf mich aufmerksam. Weil die sich noch nicht ergeben haben. Also. Zumindest noch nicht so ganz. So, jetzt müssen wir gleich mal wissen, wo die Truhe ist. Truhe ist da hinten. Und der Berserker lebt immer noch und schießt immer noch auf alles und jeden Weg. Boah, weg hier. Der soll nämlich nicht auf uns schießen. Zack, das war der letzte Berserker. Jetzt ergeben sie sich. Und, äh, unsere Piraten können sich hier jetzt schön üblich tun. Also ich höre schon dieses Geblinks-Dings-Geblinkel an den- Ah, sehr genau, sehr gut. Da ist die Truhe. Und jetzt sag mir nicht, oh, ich muss anonym werden, damit das funktioniert. Und da bin ich anonym. Danke, Piraten. Ihr arbeitet hier super. Jetzt haben wir zwei Truhe und zwei Fragmente da oben. Irgendwie muss das dritte Fragment gleich sein. Und dann brauchen wir noch eine Moskete. Genau da ist das dritte Fragment. Sehr gut. Jetzt hoch in den letzten Raum. Mehr eine Moskete, habe ich ja gesagt. Wir wollen und wir machen es uns jetzt mal... Wir machen es jetzt mal richtig, richtig. Ich sag mir, hier war doch gerade eine Moskete. Los, ich möchte eine Moskete. Gebt mir eine Moskete. So, wer von euch jetzt fragt, wofür eine Moskete? Ich möchte die Exekution gleich ein bisschen stilisch machen. Ja, naja, ich weiß, alle Mütter aufgebrachte Eltern sind jetzt wieder so... Oh, Exekution, Exekution. Ja, gehört so zum Spiel. Ist so, muss so, kann man nichts dran ändern. Ist so diskript. Zack. I like to kill you. Und ich mag Moskete, wenn ich möchte, bitte so eine jetzt haben. Sonst nehme ich gleich das, äh... ...dick mieses. Einfach mal Lektar-Kull-Waffers. Ich brauche noch etwas drum, um gerade drauf zu schießen. Na, so wie es aussieht, ist der nicht nur hier, also keine Lust mehr noch drauf. Na gut, dann nehmen wir diese Waffe auf. Und würden dann den Typen, um den es gleich geht, mit dieser Waffe. Also, wir finden jetzt noch eines Spiel, ich bin das Keto. Hm. Sieht schlecht aus. Ja, go ab durch die Tür. Zack. Schöner Spezialangriff mit zum Schwerenlegen. Und die spanische Flagge geht runter. Und dafür kommt die Piraten Flagge auf dieses Furor. Und damit gehört, in der Karie, ist in der Karie, die Herrschaft der Piraten etabliert worden. Wir sind ein Burgherr. Und, äh, können jetzt hier die letzten Sachen, äh, auch sehen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Truhe an, gehen dann zu der Truhe, gehen dann zu der Truhe und der Flaschenpost und dann zu diesem letzten Animus-Fragment hier unten. Und dann gucken wir uns mal an, was es hier sonst noch so gibt. Aber vorher, ähm, müssen wir erstmal unser Schiff vernünftig, äh, reparieren, wollte ich gerade sagen. Äh, ne. Wieso gibt's nichts, denn mein Schiff zu reparieren? Wer hat das Fäder repariert, ohne dass, äh, ohne dass ich das wollte? Naja. Ist ja auch egal. Unser Bekannheitsgrad auf See ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder weg. Da gibt's doch was zu reparieren. Also jetzt... Na egal, fahren wir halt so durch die Gegend. Wir wollen ja nicht kämpfen. Zumindest möchte ich nicht kämpfen, sondern ich möchte jetzt erstmal diese, äh, Truhe da vorne. Und, äh, ich muss mich entschuldigen, wenn das gleich eine Megaaufnahme wird. Ich glaube, ich beende das schon dann nach diesen Objekten, die wir so auf See finden. Wenn euch das zu langweilig ist, dann könnt ihr das auch gerne sagen. Und dann könnt ihr halt natürlich auch wegschalten oder schon. Und dann aber vorher noch in die Kommentare kommen. Nein, 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 nein. Macht was, äh, macht was Vernünftiges. Nein. Ähm. Oh, nicht retten können, wenn da passiert. Ähm. Und sagt mir, was ihr dann sehen wollt, was ich dann machen soll. Ich meine, ich bin ja lernfähig. Und ich mach das ja nicht nur für mich. Ja, ich weiß, ich bin, ich mache das für mich. Ich mache das, weil mir das Spaß macht. Ich mache das, weil ich es lustig finde, wenn es Leute gibt, wie sowas interessiert. So. Jetzt seht ihr mal, wie für mich die letzten Tage ausgesehen haben. Eigentlich das gesamte Wochenende. Der Käpt'n geht schwimmen. Oder den Gigant den ganzen Tag. Ich bin von Insel zu Insel gefahren, bin vom Schiff runtergesprungen. Auf die Insel draufgesprungen. Ich bin zu irgendeiner Kiste gesprintet. Hab sie aufgetreten. Und bin zurück zum, äh, bin zurück zum, äh, bin zurück auf den Ausgangspunkt der Insel gerannt und dann wieder zurück zum Schiff geprault. Ach so, alles in allem ein sehr spannendes Wochenende. Ich hab mich mehr auf die, auf Mentalist und Last Man Standing 2 konzentriert als auf alles andere. Hm. Wie ihr seht hier, unkartiert 44 von 46. Dementsprechend viel hab ich wirklich schon eingesammelt. Also das ist, da ist kein Scherz, kein Cheat. Da hab ich jetzt Stunden, Stunden meines Lebens rein investiert. Hier kämpfen wir zum Schona gegen ne Fregatte. Sieht scheiße aus für den Schona, würde ich sagen. Ah, hier kommt jetzt auch noch ne Schona, der Berieterin mit bei. Wir holen dich. Ah, okay, alles Briten, alles Briten, alles Briten. Irgendwer, irgendwann hab ich mal gelesen, dass die Portugiesen die schlimmsten Gegner sind. Ich hoffe mir noch nicht so, dass die, das Differenzieren dazwischen gefunden. Das heißt, ich weiß hier nicht mal mehr, wie Portugiesen aussehen. Vielleicht kommen die auch erst in der weiteren Story passiert. Nein, das möchte ich auch nicht hören. Nein. Und das ist halt das Nette. Also das ist sowohl freundlicher als auch nicht so freundlicher. Die Shanties, die man alles einsammelt, weil das habt ihr ja mitbekommen, wie man, dass hier Shanties von mir eingesammelt wurden. Das sind diese Notenblätter, die vor allem abhauen. Im dritten Teil waren das diese Seiten von Benjamin Franklin. Also da haben die insofern was gebracht, dass man dann neue Erfindungen bekommen hat. Und hierbei ist es jetzt halt so, dass die prompt die Lieder dann für die Crew freischalten. Das heißt, meine Crew singt jetzt viele verschiedene Lieder. Ein paar davon gefühlt häufiger und ein paar davon sind auf jeden Fall nerviger als andere. Man kann halt hier nur in so Form von drei drücken, nochmal drei und dann gehen sie weiter. Wir zerschönen gleich ein Land, Captain! Und wenn zum Beispiel das Lieblingslied von mir kommt und ich kann euch noch nicht sagen, welches das ist, beziehungsweise ich könnte es euch schon sagen, das wäre aber vergleichsweise langweilig. Und jetzt sagt nicht, dass ich... Oh, ich bin auf der falschen Seite der Buch. Okay, na gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Zeit zu reden. Nein, auch das nicht. Auch wundertes Lied, aber nein. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also ich muss sagen, das ist ein schönes Lied, das ich hier drüber kennengelernt habe. Dadurch, dass es heute noch durchgeht. Aber halt, es wird zum einen durchgeschaffelt und zum anderen irgendwie gefühlt wird durchgeschaffelt mit einer Priorität auf bestimmte Lieder. Und zum anderen gibt es da ein Lied bei, was ich unglaublich gerne singe. Was ich selbst sogar gerne singe, unter anderem auf dem Drachenfest oder so. Letzter Abend, wir haben uns in ein Zelt gechillt, wir hatten Feuer in der Mitte in Form von Kerzen. Wir haben getrunken, auch Alkohol. Und dann hatten Leute da ihre Instrumente dabei und dann haben wir gesungen. alle zusammen. Nicht nur die, sondern wir alle. Und unter anderem war dabei halt auch What Shall We Do The Drunk, ein Sailor. Und das finde ich ein super Lied. Unglaublich schönes Piratenlied auch und so. Also insofern... Kommt dafür viel zu wenig vor. Hierbei. Wart. Wartet mal mal gucken, ob ich das in den Optionen jetzt einstellen kann. Oh, mir fällt gerade auf, ich muss die Soundoptionen auch viel leiser erstellen. Das übertüncht ja total meine Stimme. Da war was. Da war was. Na gut. Seemanns Shanties sind aus. Nein, sind an. Ich hoffe, jetzt könnt ihr mich besser verstehen. Kommt in den nächsten Aufnahmen nicht mehr vor. Okay, vielleicht doch, aber... Kommt erstmal pauschal. Sorry dafür, aber es ist ja auch noch nichts Wichtiges passiert. Es gab nichts Wichtiges, äh, hier, Konversationsmäßiges von denen. Vielleicht von mir schon, aber halt, naja, YOLO ist dann halt so. Alle Menschen machen Fehler. Und ich vergesse im Moment pauschal Testaufnahmen zu machen. Und insofern passiert dann halt mal sowas. Aber wir sind ja alle lernfähig. Wir lernen alle nie aus. Schon wieder ein Kriegsschiff. Hier ist ja... Irgendwer hatte mir ganz am Anfang mal gesagt so... Anno, bevor dein Schiff nicht weiter ausgebaut ist, halt dich vom Süden fern. Wie ich... Und ich da natürlich plauere Romt erstmal so... Wieso? Erstmal danke für den Tipp. Werde ich einhalten, wenn du mir sagst, wieso ich den ganzen Klam machen soll. Zack. Frontal schön auf die Bucht aufgelaufen. Los, lauf, 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 lauf. Dann kommst du noch über das Vorderdeck hier ganz... Etwas näher ran an den ganzen Schmuh. Tschau. Er hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Nicht so hundertprozentig. Nur fünftzigprozentig. So, holen wir uns erstmal wieder eine Flaschenpost. Die Flaschenpost lese ich jetzt auch nicht vor. Die lesen wir uns jetzt auch nicht durch. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir Zeit haben und wenn wir alle Flaschenposts haben. Wobei das glaube ich langsam sogar mal der Fall sein könnte. Eins, okay, zwei fehlt, drei, vier, fünf, sechs, vier, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Sollte es nur neunzehn geben, fehlen uns noch zwei. Also merken, es fehlen noch insgesamt prompt zwei Flaschenpost. Und es fehlen... Keine Kisten mehr. Wuhu, wir haben das unkartierte Gebiet kistenmäßig erkundet. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Geheimnisse noch im unkartierten Bereich sind. Aber eigentlich dürften keine Geheimnisse mehr im unkartierten Bereich sein. Insofern, an dem Punkt müsste jetzt eigentlich alles Tutti sein. Joa, so, dann machen wir uns jetzt auch mal auf den Weg zum nächsten Animus-Fragment, um dann den unkartierten Bereich auch abzuschließen. Und dann starten wir die nächste Aufnahme einfach damit, dass wir hier dieses Lagerhaus holen und dann dahin fahren, nach Mysteriosa. Ja, Mysteriosa. Mit Y würde besser passen. Dann kümmern wir uns um die noch verbleibenden nicht-goldenen Forts, würde ich vorschlagen. Machen dann die ganzen Marine-Missionen. Ich meine, dann können wir am Ende einer Mission auch immer per Schnellreise wieder zurück dahin fahren. Und dann in der Aufnahme danach machen wir Kingston und Havanna zu Ende. Da gibt es auch noch ein bisschen was, was man machen kann. Geheimnisse, Fragmente, Truhen, Synchronisationspunkte, Attentate etc. Also alles kann man machen, muss man aber nicht. Und wir werden das auch machen. Und wenn ich irgendwo gerade mal nicht weiß, wie ich da jetzt hinkommen soll, weil das Weihwegen blöd versteckt und so, wie wir das ja in Nassau schon während der Aufnahme hatten, mit den Truhen, die in der Höhle waren. Die waren übrigens tatsächlich in einer Höhle. Dann muss ich mal kurz ins Lösungsbuch gucken, weil ja, ich habe mir das Lösungsbuch von Assassin's Creed 4 geholt. Und da ist mein Lieblingslied. Ich habe mir das Lösungsbuch geholt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wieso holst du dir das Lösungsbuch dazu? Ja, wieso hole ich mir das Lösungsbuch? Das Lösungsbuch hole ich mir, weil ich es kann. Und weil ich von Assassin's Creed 2, ja tatsächlich Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation, Zwischen 3 und mittlerweile in der Tötenigkeit auch 4, habe ich alles als Lösungsbuch für den Fliegen. Alles vom Piggyball. Und ich muss sagen, die sind gut. Die sind richtig gut und richtig hilfreich. Insofern kann ich es auch eigentlich jedem nur empfehlen. Und hier gibt es jetzt gleich ein Stück. Und unsere Drehbrasse steckt fest. Oder auch nicht. Ah, das blöde Schiff hat es. Und lass mich raten, es ist gleich ein Kickschiff. Lass dich lohnen zu bekämpfen. Ja, es ist ein Kickschiff. Uh, wer hätte das gedacht. Und es schießt gleich mit Mörsern auf. Unfreundliche Geschichte. Komm, hier passen wir durch. Hier passen wir durch. Wir baggen uns hier einfach durch. Okay, wir baggen uns hier nicht durch. Ich würde fast sagen, ich würde fast vorschlagen, wir lassen uns hier mal desynchronisieren. Weil ich ehrlich gesagt habe keine Lust habe, mich mit so einem Kriegsschiff zu schlagen. Nervtöten, dass man sich hier mit einem Kriegsschiff schlagen muss. Naja, Kriegsschiff, langsam, wissen wir, los. Lass uns los. Ah, jetzt werden wir gleich mit Regattes auch noch wissen. Dann kriegt die Regattes auch. Die Regattes kriegt dann auch noch ins Gesicht. So, und jetzt zuerst mal hier. Drehprassel, gart mal ein bisschen langsamer. Du blödes Kriegsschiff. So, und jetzt gibt es die andere Kanonen ins Gesicht. Auch von dir kriegt Schiff. Und jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen außerhalb der Reize. Aber ich kriege die tatsächlich noch nicht kaputt, ey. Was soll denn das? So, dieses Kriegsschiff ist auf jeden Fall... Okay, wir wollten kämpfen, wir haben gekämpft. Und wurden trotzdem desynchronisiert. Mit zwei Balken gegen ein Kriegsschiff zu kämpfen, ist also keine gute Idee. Merken wir uns fürs nächste Mal. Und was wollte ich eigentlich... Was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist noch gar nicht unsere Aufgabe. Damn it. Dang it. Dang it. Wir müssen noch das... Das Animus-Fragment da unten sammeln. Dann erst kämpfen wir eben um dieses Lagerhaus. Oh, peinlich, 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 peinlich. Naja, also gut. Dann begeben wir uns jetzt erstmal dahin. Und, ähm... Joa. Suchen wir uns das letzte Animus-Fragment im unkartierten Bereich. Und dann beende ich auch die Aufnahme. Nach so einem gefailten Kampf mit einem Mörserschiff. Nein, es ist ein Kriegsschiff. Wieso sage ich Mörserschiff? Weil ich das... Weil ich finde, dass es den Mörserschiffen aus Age of Empires 3 ziemlich ähnelt. Wobei man das mir nochmal erklären muss. Man sammelt hier Holz ein. Und, ähm... Muss aber Schiffe kapern, um halt von dem Holz zu bekommen, um das dann für sein Schiff zu verwenden. Eigentlich müsste man meiner Meinung nach dann auch das ganz normale Holz, das man einsammelt, dafür verwenden können. Naja, aber das ist meine Meinung, muss ich auch sagen, es scheint auch nicht die der Spieleentwickler zu sein. Und, joa, dann... Jetzt letztes Animus-Fragment. Ein historischer Moment. Oh... Wir sind auf einem guten Weg zu 100%. Und ich meine, wer weiß, wie viele Sequenzen es hier in Assassin's Creed 3-4 gibt. Naja, der altbekannte Spoiler unter uns wird es wissen. Es sind 13, wenn ich nicht falsch informiert bin. Und damit, äh, habe ich dann auch... Äh, noch nicht mal die Hälfte der Hauptstadt durch. Bin aber schon bei über 50% Synchronität. Das finde ich alles in allem ziemlich gut. Ich meine, ich weiß, ich muss noch ein paar Nebenmissionen auch machen. Und in den Nebenquests es schaffen, hier volle Synchronität zu erreichen. Aber jetzt erstmal reicht es mir, das so zu haben, wie ich das habe. Beziehungsweise auch so nicht zu haben, wie das im Moment bei mir aussieht. Na, der Aussichtspunkt ist noch nicht synchronisiert. Da gibt es einen Assassinenauftrag und ein volles Lagerhaus. Ja, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme genau an diesem Punkt. Betrachten noch einmal unsere schöne goldene Karte hier oben. Vor allem hier oben, nein, wir wollen da auch nicht per Schnellreise hin. Na, hier diese eine weiße Fleck und jetzt diese paar grünen Stücken noch. Und natürlich diese grauen Schandflecke. Hier drin sind hässlich, aber nicht zu ändern. Naja, in diesem Sinne, ciao, bis zur nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.